Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich zu Beginn Ihrer Fachtagung Sucht, Familien im Blick, Ressourcen im Fokus sprechen darf. Als Sucht- und Drogenbeauftragter ist es mir ein Herzensanliegen, dass wir die im Blick behalten, die am schwächsten sind. Das sind die Kinder, insbesondere die Kinder und Jugendlichen, die es von Haus aus schwieriger haben. Darunter sind Millionen Minderjährige, die in Familien mit mindestens einem suchtbelasteten Elternteil leben. Diese Fachtagung legt den Fokus auf jene Kinder und Jugendlichen. Dafür danke ich Ihnen herzlichst. Warum ist mir das Thema so wichtig? Weil Suchtkranke sich selbst schaden. Und zugleich schaden sie ihre Familien. Besonders belastet sind ihre Kinder. Sie sind oft gefangen zwischen der Liebe zu den Eltern, Schuldgefühlen und Wut oder Ekel. Dabei sind auch Sucht erkrankte Eltern liebende Eltern. Sie kommen jedoch oft ihren Alltagsaufgaben nicht mehr nach. Die Sucht hat ihr Leben im Griff. Damit bestimmt die Sucht auch das Leben der Kinder. Die Folgen können verheerend sein. Sie können so weit gehen, dass Kinder und Jugendliche später selbst in eine Abhängigkeit rutschen. Umso wichtiger ist ihre Arbeit in der Suchtprävention und Suchthilfe als Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Kindern und Familien zusammenarbeiten. Umso wichtiger ist, dass wir diesen Familien schneller und passgenauer helfen. Umso wichtiger ist, dass möglichst kein Kind mehr im Stillen vor sich hin leidet. Dafür müssen die Themen Sucht und Drogen mehr Aufmerksamkeit bei politischen Entscheidungsträgern bekommen. Sie müssen ganz oben in die Leistungsbereiche der Ministerien und Behörden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass trotz knapper Kassen nicht weiter bei der Suchthilfe und Suchtberatung gespart wird. Das Gegenteil muss passieren. Wir brauchen bessere Hilfen für belastete Familien. Wir brauchen mehr Begleitung und Prävention, die Drogenkonsum und spätere Abhängigkeiten möglichst verhindert. Und wir brauchen Hilfen, die Familien im Alltag erreichen. Die Hilfen müssen auch die Ressourcen in der Familie selbst im Blick haben. Sie frühzeitig mobilisieren und so die Kinder stärken. Noch sind wir von einer flächendeckenden Versorgung und Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien und auch für Kinder und Jugendliche mit einem auffälligen Drogenkonsum weit entfernt. Wir reden noch zu oft defizitorientiert. Darum stehe ich für einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik. Wir müssen offen über Drogen und Sucht sprechen. Wir müssen die Menschen befähigen, dass sie das Risiko kennen, was passieren kann, wenn sie Drogen konsumieren. Sucht und Suchtkranke dürfen nicht länger stigmatisiert werden. Dann kommen wir auch an das Ziel ihrer heutigen Fachtagung. Gemeinsam die suchtbelasteten Familien in den Blick zu nehmen und diesen Fokus dann verstärkt auf die Möglichkeiten der ressourcenorientierten Arbeit zu legen. Ich wünsche Ihnen für diesen Austausch viel Erfolg.